Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag zuhause sitze und Spiele spiele und habe seit längerem das nicht mehr total mitverfolgt und dachte, ich falle um, als ich die Sachen gesehen habe. Ich fühle es echt wahnsinnig toll und bin jetzt mittlerweile totaler Fan, weil ich diese Welt total spannend bin und so. Aber Lara Croft ist schon einfach, das ist halt eine ganze Legende. Ich muss überlegen. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Ich muss ein bisschen früher aus dem Pulli raus und das alles wird ein bisschen später. Meine Waffen. Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Meine Rolle ist die Regisseurin. Das heißt, ich versuche, den Sprechern klarzumachen, was sie hier für einen Charakter darstellen sollen, spielen sollen. Beziehungsweise spielen ist ja schon fast zu viel, weil gespielt wird das ja vom Bild. Das ist ja Aufgabe des Sprechers quasi, das wiederzugeben mit der Stimme, mit der Sprache, was das Bild hergibt. Fängt im Konter an, mit dem Geschrieenen zurück. Zurück! Zurück in den Drohensack! Großartig. Nora ist Nora. Und Nora gibt Lara einen absolut tollen Charakter. Weil, ähm, ja ich denke mal, deshalb wurde es ja auch Nora, weil sie soll was Spezielles geben. Also sonst hätte man jede andere nehmen können, sag ich mal. Und Nora gibt dem Ganzen so einen Hauch Witz, was ich ganz toll finde. Großartig. Also sie kann natürlich sehr ernsthaft spielen, weil sie eine großartige Schauspielerin ist. Aber sie hat so zwischendurch so kleine Spitzen, die ich ganz toll finde. Und die passen bei ihr sehr gut. Und da Lara jetzt ja erst 21 ist und halt noch nicht dieses Kämpferische drauf hat, oder auch noch nie gekämpft hat, noch nie irgendwie Verluste gespürt hat, ähm, hat sie diesen naiven Ton ganz toll drauf. Ja und ansonsten, dass es für mich toll ist, weil es ist sehr, sehr körperlich. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass eine meiner ernstesten und heftigsten Rollen, also die mich auch wirklich am meisten fordert, und das ist ja letztendlich so, dass ich ja genauso viel geben muss wie am Set. Also wenn ich da stehe und da gibt es eine traumatische Szene, wo sie total weint und wirklich das Innerste rausgekehrt wird, dann bin ich danach durch. Also dann ist der Tag gelaufen. Das ist für mich dann genauso, ähm, so eine Arbeit. Da mache ich ja nicht so ein bisschen, sondern dann geht es ja richtig zur Sache und so. Also es ist schon sehr, eine sehr große Herausforderung und das genieße ich sehr. Mayday! Mayday! Hier spricht Laura Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten! Einmal noch. Ich muss einmal das übernehmen.